Warum man Nachrichten verschlüsseln sollte. Ein Erklärvideo mit Anna, Emil und Bob. Anna und Emil sind verliebt. Anna schickt Emil eine Nachricht über das Internet. Der böse Bob interessiert sich auch dafür, was die beiden so treiben. Anna und Emil ärgern sich, dass Bob ihre Nachricht gelesen hat. Sie fragen sich, was sie tun können, damit Bob ihre Nachricht nicht lesen kann. Sie beschließen, ihre Nachricht zu verschlüsseln und ersetzen die Buchstaben der Nachricht durch einen geheimen Zahlencode. Der böse Bob ärgert sich, dass er diese Nachricht nun nicht mehr lesen kann. Anna und Emil freuen sich, dass sie nun wieder ihre Privatsphäre zurückerlangt haben.